Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Das ist ein Dreijähriger, der heißt You and Me. Besitzer ist Hans Kuhsträter und Züchter ist Heinrich Blattfuth Ascheberg. Hast du auch Eltern oder sowas, die Abstammung? Die. Halt mal fest. Hast du nicht drauf? Nein. Lass. Jetzt ist er aber ruhig. Ja, ich habe ja gesagt, ich hole den nach vorne. Heinz Kuhsträter bei der Arbeit, beim sogenannten Einstreuen oder wie heißt das? Ja, die Pferde werden jeden Tag mit der Milchrauben genommen und jedes Tag frisch gestrogen. Oder manche Pferde stehen auch auf Spänen. Ja, ja. Das ist die Stallarbeit. Das mache ich ja heute, weil ich das noch so als Hobby mache. Früher, wo ich viele Pferde hatte oder etliche, da habe ich das ja nicht im Machen brauchen. Da musste ich ja fahren, fahren. Aber ich habe meine Leute gehabt, zwischen sieben und acht Pfund. Manche kriegen auch zehn, was große Pferde sind. Jetzt. Da ist alles drin. Da ist Müsli drin, da ist Pelex drin, da ist Walzaufer drin. Und dann sein Leckerchen, die Äpfel hat er schon weg. Ja, die Äpfel sind auch drin. Die waren schon weg, ne? Die sind schon weg. Die hat er sich sofort reingetan. Die äpfel sind auch weg, wenn man ganz loose geht. Aber mit dem nächsten Mal. Das ist es nicht. Vielen Dank.